So Leute, Shiny Best of des 24-Stunden-Streams, ja es war einfach nur legendär gewesen, es hat so viel Bock gemacht, über die ganze Nacht, ja mitten in der Nacht dann die Shinys zu bekommen, war auf jeden Fall richtig geil, vielen Dank an alle, die dabei waren, die wirklich mit bis zum Schluss durchgezogen haben, also einige waren wirklich die ganze Nacht mit dabei gewesen, war einfach nur richtig, richtig geil, nochmals vielen, vielen Dank, Leute gönnt euch das Video, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt etwas in die Kommentare für den Algorithmus auf jeden Fall, ja schreibt mir gerne, auch welche Shinys ihr schon habt, und schaut auf Twitch vorbei, denn wir sind dort jeden Tag live, in dem Sinne, viel Spaß, alles Gute und ciao, ciao. Mein Bruder hat es, hol's dir, André, los! Bei welcher Chain, André? Snipe mal nur eins für mich mit! Snipe mal eins für mich mit, André! Haut mir mal den Jeff hier rein, Leute, haut mir mal den Jeff hier rein, jetzt ganz schnell, haut mir mal den Jeff hier rein, Emerson muss mir mal das Shiny liefern, wo ist denn los, wo ist Emerson, wo ist der Jeff? Der Jeff liefert Chinys nicht mehr aus! Bringt mir mal den Jeff hier rein, das geht doch nicht! Der Jeff liefert Chinys nicht mehr aus! Der Jeff liefert Chinys nicht mehr aus! Ja знаю in meinem formula, wir werden in dercr installiert hasteinhaus nicht mehr aus! Töp Und dann wäre es ein schwarz auf! Kann ich es noch mit youde! Oh du gesinnt? Das geht darum, ich intercept mich um jetzt Gute auch die Runden. Aber wenn ich mich nicht mehr in meiner Sicht, darf ich noch mehr auf Porsche und referendum. Immer ein Auge auf meinen Bruder haben. Immer ein Auge auf meinen Bruder haben, was der da oben feiert. Heaven, danke für dein Follow. Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe bei 5 ein Shiny von dem Biber bekommen. Von Bedissa. Ja, Glückwunsch, David. Glückwunsch. Weitere, warte mal dann gleich ganz kurz. Ich kann nicht lange warten, weil irgendwann geht das Gras weg. Du kannst jetzt eigentlich schon mal die Wette auflösen. Weil die Wette ist ja eindeutig jetzt schon. Die ist ja zwischen 11 und 20. Ich kann es jetzt eigentlich schon mal einlösen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Bei 16, oh mein Gott, bei 16. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott, wer hat das Abo rausgehauen? Äh, Komiker hat den Big Ben ein Abo rausgehauen. Vielen, vielen Dank für den Support. Oh mein Gott, bei 16. Oh mein Gott, bei 16. Oh, let's go, Alter. Oh mein Gott, ja, Mann. Es ist rot. Warte mal, da hauen wir. Was ist das, rot so? Da müsste ein Pokéball drauf, ne? Aber ich weiß nicht, ob es dann drin bleibt. Scheiß war drauf. Hyperball, let's go. Oh mein Gott. Und es bleibt sofort drin. Bei 16. Oh mein Gott, jawohl. Let's go, Junge. Da bist du doch. Come on. Wo sind die Shiny-Sterne, Shad? Wo sind die Shiny-Sterne? Damals mein erster Kanal hieß Ego Gaming TV. Ego Gaming TV. Damals MW3. Genau, mein Bruder schreibt es gerade. Mein Bruder weiß es, weil er dabei war. Sei er den aller, 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 allerersten Kanal. Ego Gaming TV. Den kennt auch, glaube ich, nur einer oder zwei von meinen ganzen Abonnenten. Und die waren bis vor zwei Jahren, waren die auch noch da gewesen, ja. Bis vor zwei Jahren waren die noch da gewesen. Also auf YouTube. Ja. Und dann... Oh mein Gott. Oh mein Gott, jawohl. 180, Junge. 180, let's go. Oh yeah. Oh mein Gott. Let's go, Junge. Let's go, Junge. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das gibt's doch. Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir sind so da. Oh mein Gott, wir sind einfach so da. Immer einen Schritt zurück. Giratina, brüll mal. Vielleicht kommt das Anton dann. Brüll mal, Giratina. Brüll mal ganz schlaut. Das ist der Hibo. Mir geht's ganz gut. Danke dir. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Da war wohl der Praktikant am Werk. Ja, war eine Neue am Arbeiten. Da war wahrscheinlich eine Neue am Arbeiten. Falsch eingepackt. War doch meins. War doch meins. War doch, Junge. 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 War doch. Ich hab euch was mitgebracht, ganz kurz Ich war eben unterwegs, deswegen hab ich kurz ausgemacht den Stream Ich hab kurz ausgemacht den Stream Ich musste mal eben los Ich hab's eben selber geklärt Hab ich euch mitgebracht Ist in Theater gemacht, ne, aber Brief ist da Brief ist da, Brief war da Ja, hab ich euch mitgebracht Pass auf, war da Das eine ist für mich Das erste war für mich Und die anderen beiden sind für euch Ne, wisst ihr Bescheid Ja, es ist scheinlich, ich hab einfach Nach drei versuchen, Marcel Warte, 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 warte Ich switch rüber Rein da, Andre Rein da, hol's dir Antimi Let's go Rein da, hol's dir GG GG, Andre Cool, cool, cool Nach drei versuchen Boah, das sieht ja cool aus Die orangene Äh, orangene Seiche mit dieser lila Nase Nice Wie irre Wieder ein neues Schein hier am Start Jawohl Bloß nicht entwickeln Warum? Was passiert, wenn ich es entwickel? Bleibt das nicht scheinen? Angst jetzt erstmal Äh, ich würd sagen Das sieht bestimmt nicht gut aus Wenn man es entwickelt Deswegen vielleicht Warte, ich guck mal Wie das aus Wenn das entwickelt ist Sieht das Baby besser aus? Okay GG Oh, da ist er doch Let's go Let's go GG Danke, danke GG Nee, ich versuch jetzt nicht wieder Schwalbos Ciao, ciao, ciao Eigentlich müsste ich das mit dem Nestball ballern, ne Den Grün und so Was da drin bleibt Stimmt Machen wir versuch uns mal Jetzt geht es Was so schnell Danke, danke, danke Leute Danke Danke Bis zum nächsten Mal.